Sokolov Gefecht muss ich sagen und jetzt liegen die dort hinten schlafen und bewusstlos rum und wir müssen jetzt Sokolov wieder einfangen. Und da das hier gleich mit einer Sequenz weitergeht, werde ich gleich auch wieder das Mikro ausschalten. Also bis zum nächsten Mal. Okay, those men were from the Ocelot unit Spetsnaz. Yes, the best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build. Yes. The Shagahod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear equipped tank capable of operating so low. Is that thing finished? No. This is only the end of phase one. It won't be truly finished until we complete phase two. Phase two. The weapons true form. If it is completed and the colonel gets his hands on it, it will mean the end of the cold war. The end of the cold war? Yes. And then the age of fear will truly begin. World war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please. Take me to America. Quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Got it. Got it. Got it. I'm gonna go. Oh, oh. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov, comes with me. Hornets! 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 Was ist das? 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 If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Was ist das? Was ist das? The new blood has been rejected. Was ist das? 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 Ja... Was ist das? 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 Oh... Was ist das? Wie sieht das aus? Was ist das? Du hast es gut, denn... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Shag-O-Hod 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 Ich glaube, es ist Zeit, dass ich dieses neue Neumann gegeben habe. Was? Colonel! Selbst wenn sie unsere Enemies sind, sie sind immer unsere Landwirte. Aber es wird mir nicht, dass ich den Trigger gemacht habe. Es wird unser Freund. Der Amerikaner Defechter. Ihr werdet ihr russische Russen? Erinnern Sie den Alakon. Colonel! Auf Wiedersehen! Tja, heftig. Und das war's dann wohl mit Sarkovs Labor. Und naja, gerade dieses Ereignis, dass er die Atomrakete abgeschossen hat, wird noch schwerwiegende Folgen haben. Aber das erfahren wir dann ab der nächsten Episode oder Folge, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich werde jetzt hier erstmal einen Cut machen. Und in der nächsten Folge geht's an dieser Stelle weiter. Bis dahin. Tata. 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 Ha, ha, ha! Ho, ho, ho!